Wie kann man so ekelhaft versuchen, Kohle zu machen? Und die hören aber nicht auf jetzt damit. Tera Leute, was geht ab? Maximilian am Schatten. Ich begrüße euch zu einem neuen Auf-Meinem-Kanal. Ja, liebe Leute, das Warten hat schon langsam ein Ende. Nice, Digga. Wir haben ja damals aufgrund der Corona-Zeit ein Warten auf die nächste Kollektion von 6 bis 10 Wochen angegeben. Ich nehme mal an, dass wir das ungefähr einhalten können. Wenn es jetzt aber eine Woche auf oder ab ist, dann bitte mich nicht köpfen. Danke, Mann. Wie ist es momentan eine schwierige Situation, aber wer auf die neue Kollektion wartet, auf den offiziellen Job wartet, der kann natürlich sehr gerne unten in der Infobox nochmal nachsehen und sich die aktuellste Kollektion nochmal zu Gemüte führen. Ihr wisst Bescheid, möchte ich genauso tragen. Das haben aber scheinbar nicht nur Leute gemacht, die Lust haben, sich ein Produkt von MEM zu holen, sondern auch Leute, die einfach eins zu eins dreist kopieren wollen, was MEM so macht. Ihr wisst, aktuell bringen wir unsere zweite Kollektion heraus. Die erste Kollektion ist ja anscheinend nicht nur bei euch mega gut angekommen, sondern auch bei Leuten, die jetzt irgendwie das schnelle Geld riechen und auf ekelhafte Art und Weise versuchen, Dinge, die schnell ausverkauft waren, einfach eins zu eins zu übernehmen und damit Kohle auf den Nacken und auf die kreativen Ideen eines anderen zu machen. Richtig ekelhafte Geschichte. Ich werde euch heute zwei Marken zei... Marken? Ich werde euch heute zwei Firmen zeigen, beziehungsweise einfach irgendwelche Idioten zeigen, die alles dreist übernehmen und sich denken, ja egal, wir kommen vielleicht ungeschorener mit davon und wir machen einfach so unser Geld. Die erste Marke, da kann ich ja noch sagen, okay, das ist hart an der Grenze, ist zwar nicht jetzt wirklich sonderlich nobel, eins zu eins das gleiche Logo zu verwenden, also wirklich die gleiche Grafik zu verwenden, das dann etwas umzumodellieren, aber ich werde die Marken übrigens, ja scheiß drauf, Three Moskets heißt die Marke, die haben einfach das gleiche Logo genommen. Okay, ja, das ist ein Theme, das ist eine Schlange, die kann man aus dem Internet holen. Okay, sage ich noch, ist in Ordnung. Die haben das Ganze so auf ihr Shirt geprintet, auch stonewashed, aber die Schlange dann mit anderen Farben versehen und ihren Namen drüber geschrieben. Okay, lasse ich mir noch einreden, fand ich nicht ganz korrekt, fand ich nicht ganz nice, aber da kann ich mir noch einreden lassen, dass das vielleicht inspiriert ist, ja, kann ich darüber hinwegsehen. Aber jetzt gibt es irgendwie eine neue Marke auf Instagram, die, auch wenn es auf den ersten Blick so erscheint, das hat die relativ wenig Follower oder so, anscheinend auch Connections hat, weil auch Influencer wie Willy zum Beispiel mit der Marke connected waren und da Bilder geliked haben, da sitzen einfach richtig ekelhafte Menschen dahinter. Und sollte man im Chatverlauf glauben, sitzt da irgendein junger Bursche dahinter, dem scheinbar alles scheißegal ist. Freunde, ich zeige euch jetzt mal Folgendes. Zuallererst zeige ich euch ein Bild, das von dieser Seite gepostet wurde. Und wenn wir uns dieses Bild ansehen, dann sehen wir bei Punkt Nummer 1 das Bullseye Bandits T-Shirt, wo man jetzt wirklich, und ich hau es jetzt mal im Vergleich, einfach eins zu eins das gleiche kopiert hat. Man hat nicht gemacht, nun schaut cool aus, wir machen sowas ähnliches, sondern einfach Copy-Paste draufgehauen. Ekelhaft. Und das Shirt heißt nicht nur, unseres heißt Bullseye Bandits T-Shirt. Und das bei denen heißt einfach Bullseye T-Shirt. Bullseye T-Shirt. So, die machen sich nicht mal die Mühe, sich einen neuen Namen zu überlegen, sondern der Witz an der Geschichte ist, dass wir einen auf Western-Style, gut, man kann sagen, Western-Style ist jetzt ein Theme, das sehr modern geworden ist. Ich möchte nochmal dazu sagen, wir haben damit relativ früh begonnen, aber okay. Aber jetzt einfach denselben Bullen zu nehmen, denselben Bullen, und dann nochmal Kreise zu ziehen, was die Idee hinter Bullseye, einfach so dreist zu kopieren, ekelhaft, wirklich ekelhaft. Und dann, Freunde, ich packe es einfach nicht. Schaut sich das an. Das ist wieder eins zu eins kopiert, ausgeschnitten und raufgeklatscht. Rodeo wird da drüber geschrieben. Live ist ein Rodeo-T-Shirt. Ekelhaft. Ich habe mich natürlich irrsinnig darüber aufgeregt und habe dem, ich sage es ganz ehrlich, ich bin dem nicht Nobel gekommen, weil ich bin dann nicht politisch und höflich mit einer Person, wenn ich es so sehe, wie ekelhaft, na, pisst mich an. Habt ihr ihnen geschrieben, hab gesagt, ja, sofort alle Logos runternehmen, sonst werde ich auch meinen Anwalt einschalten. Und irgendwie hat er sich dann, hat dann geschrieben, hey, liebe Leute, wegen Unstimmigkeiten im Design und kleinen Schwierigkeiten müssen wir das Live ist ein Rodeo-T-Shirt leider rausnehmen. Wir bitten da ein Verständnis. Also das auch noch tarnen, nachdem die Army da komplett eingeschritten ist und die extrem viel Hate bekommen haben, auch ihre Seite privat genommen haben, sehr viele Postings gelöscht haben, machen die jetzt trotzdem einfach weiter. Und das Witzige ist, um das Ganze zu bewerben, ihren einzelnen kopierten Dreck, den die da angeblich auch in Portugal produzieren lassen, machen die einfach dieselben Postings im Stil komplett gleich, wie damals Dösami das bei ihrer Wild West-Kollektion gemacht hat. Das ist sogar das gleiche Bild. Ich mag es nicht. Das gibt es doch einfach nicht. Wie kann man so ekelhaft versuchen, Kohle zu machen? Und die hören aber nicht auf jetzt damit. Und das Witzige ist, die haben anscheinend noch nicht mal eigene Samples, deswegen kopieren die aus unserer Story heraus und das ist einfach ein Sample von uns, Leute. Das ist ein Sample von unserem T-Shirt. Das nehmen die einfach, kopieren es da rein, fragen zum nächsten Job. Ja, was bist du für ein ekelhafter Mensch? Corona Edition. Also Freunde, keine Ahnung, was das soll, was das soll, aber das ist wirklich nur mehr als dreist. Ich habe es echt nicht gepackt. Ich wollte euch nur mal zeigen, zum einen, was da draußen bedeutet, Schatz, es kann mir im Prinzip komplett egal sein. Ich kann sagen, ja, das zeigt uns, wir machen was richtig und hin und her und das ist eine gute Geschichte. Und das ist anscheinend schon so polarisierend, dass eigene Marken entstehen, die einfach nur den Zweck verfolgen, unsere Designs zu klauen in Deutschland. Aber wenn du da einfach so viel Herzblut reinsteckst, die Ideen machst und dir wirklich überlegst, was für ein Konzept du machst und an den Designs herumschraubst und dann gibt es irgendwelche Idioten, die das einfach nehmen, draufdrucken und das dann verkaufen wollen, bin ich einfach Brennhaas. Das macht mich, das kotzt mich so unfassbar an, wirklich Leute. Ja, ich wollte euch das nur mal zeigen, ich habe mir gedacht, heute ist die richtige Gelegenheit. Eigentlich hatte ich nicht vor ein Video drüber zu machen, aber es pisst mich einfach an und die Stimmung will ich auch mit euch zeigen. Liebe Leute, wir sind die wahren OGs. Die nächste Kollektion, Britain Brawl, dauert nicht mal allzu lang beim offiziellen Job. Also stöbert nochmal in der Seite, holt euch die Pieces, bevor sie gefaked werden müssen, damit neue Designs in dieser Richtung am Start sind. Den Schrott, der da gepostet wurde, kann man sowieso vergessen. In diesem Sinne, liebe Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt das Video spannend gefunden. Ich bin sehr gespannt, was ich zukünftig unter diesen Instagram-Seiten lesen darf und wünsche euch in diesem Sinne viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Das war es von mir, euer Maximilian. Cap, 28 Schranken, natürlich von Gucci. Nice, Digga. Das möchte ich genauso tragen.